So, armer Micky. Was haben die mit dem gemacht? Was war das mit Lachen? Wenn es anfängt, die Puppe den Kopf oder die Hand zu bewegen, dann bin ich aber raus hier, oder? Oder die plötzlich zum Leben erwacht. Oh, okay. 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 Du bist schuld. Oh, okay. 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 Oh, 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 okay. Ruhe? Äh... Ich... Wieder hoch! Bleib hier! Nein! Jetzt war ich warum herausfordernd. Ich komm doch nicht hin unter das Teil, ne? Von diesem Zug. Ja, toll. Darf ich irgendwann später nochmal rein? Na ja, aber du hast es geschafft. Verschwinden wir hier, ja? Ja, okay. Ich muss aber nochmal hier rein, sehe ich grad. Das könnte einfach nur Glück gewesen sein. Du hast hoffentlich das richtige Kaliber, wenn du das hier bestehen willst. Unter Kaliber verstehe ich aber, äh... Ich will da nochmal rein. Komm ein, nein. Äh, verstehe ich aber ne Waffe. Bereit für die zweite Herausforderung? Ja. Auch wenn ich die... filmen wollen, nicht gekriegt hab. Mann, oh. Oh! Das ist unter Kaliber gemeint! Ja! 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 Ach so, krieg ich effektiv Schaden nicht? Okay. Machen wir jetzt hier ne Kriegsszenerie. Ne, Gegenschein gefunden. Great guns. Okay. Das Flugzeug. Warte. Ah, Flugzeug. Komm ich denn da? Wie kann ich denn auf ein Flugzeug? Ich muss mich treffen lassen, damit ich mein Flugzeug kann. Yo! Ich will, ich will da hoch! Warte mal, ob ich seh... Ey! Was soll das denn? Mach mal auf, bitte! Au! Danke! Das ist schon gemein, ne? Dass man sich... Great guns! Und... Äh... Dass man sich... Käften lassen muss, damit man... ...weiterkommt. Schon... ...sehr gemein. Ja, aber ich... Ich will doch da hoch! Lass mich doch da hoch! Lass mich doch da hoch! Lass mich doch da hoch! Ich will doch da hoch! Wie soll man denn... Wie soll ich denn da... ...da... ...da... ...da hinkommen? Ah, nee, ne? Ist das, was ich denke? Nee. So, na. Wie kann das gehen? Ich auch wirklich. Ich muss hier auch noch mal später rein, wenn ich irgendetwas erlernt habe oder so, ne? Ich wusste, du würdest es schaffen. Wie sieht's aus? Sollen wir hier verschwinden? Ja, ich würde sagen, ne? Vielleicht kommen wir tatsächlich irgendwann mal hier rein. Nochmal. Hierzu fällt mir nichts witziges ein. Spring einfach durch die Projektor-Line und ja. Nichts witziges? Zirkus oder wat? Oswald, oh what a night. Was für ein Krieger? Gerade für letzte Herausforderung, äh nicht Krieger, äh Ritter. Was für ein Krieger, ne? Äh, okay. Ah, diese Cartoon-Fokus. Ey, das war jetzt aber sehr gemein. Oh, das ist ja so ein geiles Cartoon, ne? Gerade. Was ist das denn? Dankeschön. Kleiner Gegenstand, neuer Gegenstand. Oh, what a night. Okay. Nein! Das glänzt da. Dankeschön. Oh. Ah, los. Extra-Inhalt freigeschallt. Oh, what a night. Äh, extra-Inhalt. Okay. Hä? Das ist Cartoon, dann feiere ich grad, ne? Huh? Huh? Yeah. No. Nein! Und nochmal. Gib mir die Herzchen! Ja! Liebes Herzchen! Nein! Oh, warte mal. So! Okay. So. Den Expand halt geschafft, ey. So. Hier mal nichts verpasst, ja? Danke. Du hast alle drei Superstellen ledigst. Willst du der arroganten Wache davon erzählen? Ja, will ich. Ja, will ich. Geh weiter. Geh weiter. Okay. Nicht gespannt. Mach auswahl ausfindig. Auftrag abgeschlossen. Ja. 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 Ah. Ah, ah, ah. Oh, hm. Aha. Ich hab's damit gekämpelt. Er muss ich mich auf um. Er muss ich mich auf. Huh, oh. Oh, oh, oh. Wir sollten zurück zu Mean Street, um zu sehen, was während unserer Abwesenheit passiert ist. Unterwegs kannst du dich bei den Leuten hier in Osttown nach Neuigkeiten erkundigen. Nach Neuigkeiten erkundigen. So, ja, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. Äh, das ging jetzt gerade alles ein bisschen schnell, was da gerade passiert ist. Was ist, was da passiert gerade? So schnell alles. Äh, wir gib dich zurück zur Mean Street, also Hauptding. Und finden keine Schlüssel. Ja, mit dem Schlüssel im Klop, ich muss da alles wegmachen, ne? Gut, dann auf dem Rückweg. Willst du zurück zur Mean Street, aufbrechen? Ja. Oh, ich weiß nicht, was da passiert ist, 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 was da Vielen Dank. 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 Vielen Dank.